Sie ist ganz und gar auf das echte, wertbeständige, dauerhafte, sichere eingestellt. Eine prächtige Frau ist sie. Verlässlich, fleißig und voll starker Liebesfähigkeit. Manchmal übertreibt sie den Fleiß sogar. Mahnt man sie dann, doch mit den Kräften sparsamer umzugehen, ohne es sich ein wenig leichter zu machen, schüttelt sie verständnislos den Kopf. Tätig sein ist ihr Bedürfnis und außerdem hegt sie angeborenes Misstraum gegen die sogenannten bequemen Wege. Misstrauisch ist sie überhaupt sehr und prüft deshalb höchstgenau, was an Neuem in ihrem Leben tritt. Ob es sich nun um einen Menschen oder eine Berufschance handelt. Da sie stets bereit ist, ein Ganzes zu geben, fordert sie auch ein Ganzes. Das lässt sie in den Augen von Menschen, die es lieber nicht so genau nehmen, schwierig erscheinen. Verkannt zu werden, stößt ihr oft zu. Zum Teil ist das darauf zurückzuführen, dass es sich nicht rasch entschließt. Flüchtige Beobachter halten so eine Steinbockfrau dann irrtümlich für gefühlskalt, eine Arbeitsmaschine und unweiblich. Ein verspielter Weibchentyp ist diese Frau gewiss nicht. Doch reich an ernsten weiblichen Tugenden und hinter ihrer männlichen Tatkraft und Selbstständigkeit verbirgt sich fast immer die tiefe Sehnsucht nach dem Du, nach dem gleichgestimmten Partner, der bereit ist, Treue mit Treue zu vergelten. Ihr Stolz ist stark ausgeprägt. Wird er verletzt, kann die Steinbockfrau das nur sehr schwer verwinden. Die Steinbockfrau hat einen festgefügten starken Charakter. Sie ist fleißig und verlässlich, liebt klare Verhältnisse und strebt ebenso wie der Steinbockmann nach Sicherheit. Wenn sie ein Ziel vor Augen hat, scheut sie vor Anstrengungen und Mühen nicht zurück und bleibt mit bemerkenswerten Zähigkeit auf den einmal eingeschlagenen Weg. Sie ist eine treue, aufopferungsvolle Partnerin und eine gute Mutter. Manche Menschen scheinen sie ein wenig zu streng und ernst. Doch wer sie genau erkennt, weiß, dass sie herzlich lachen und fröhlich sein kann und ein volles Herz hat, das sie freilich nicht gleich jeden öffnet. Denn sie ist vorsichtig und skeptisch. Gerade weil die Gefühle der Steinbockfrau sehr tief gehen und weil sie leicht verletzlich ist, schafft sie sich mitunter einen Artpanzer, der sie davor bewahren soll, weitere Enttäuschungen zu erleben. Nur ein liebender, verständnisvoller und vor allem auch in seinen eigenen Gefühlen beständiger Partner vermag es, diesen Panzer zu durchdringen. Er wird dann erkennen, dass die Steinbockdame alles andere als abweisend oder gefühlskalt ist. Steinbockfrauen sind weniger leicht als manche andere dazu zu bringen, eine Partnerschaft rasch auch in den sexuellen Bereich auszudienen. Sie beweisen oft sicher ein Instinkt dafür, dass es einem Partner nur um eine flüchtige Begegnung geht. Das lässt sie zögern, nicht aus moralischen Erwägungen, nicht weil es ihnen an Temperament fehlt. Sie können ganz einfach nicht glauben, dass im kurzfristigen, vorübergehenden, schnell wechselnden überhaupt Glück liegen kann. Etwas Angst spielt auch mit. Die Angst vor dem Enttäuschtwerden. Die Angst davor, sich selbst zu stark zu engagieren. Vor allem in einer Beziehung, die von Anfang an auf schwankenden Grund steht. Eine echte Steinbockgeborene möchte Risiken vermeiden. Wenn sie Ja sagt, dann erst nach reiflicher Überlegung. Der Partner, für den ihr Herz schlägt, wird genau beobachtet und auf die Probe gestellt. Im Zeichen Steinbock wachsen recht zielbewusste, kraftvolle und energische Frauen heran. So ein Steinbockgeborene ist im Allgemeinen alles eher als ein leicht zu gängelndes, unsicheres und anlehnungsbedürftiges Geschöpf, das sich willig einem Mann unterordnet und froh ist, wenn er ihr die Entscheidung abnimmt. Nein, Steinbockfrauen bauen ihr Leben gern selbst auf. Was sie aus eigener Kraft erreichen, ohne fremde Hilfe geschafft haben, das bereitet ihnen die größte Freude. Doch bei allem Selbstbewusstsein sind diese Frauen der Wunsch nach dem männlichen Gefährten nach Liebe und herzlicher Vertrautheit nicht fremd. Er ist sogar sehr groß, nur wird er nicht immer offen gezeigt. Die Steinbockfrau ist wie ihr männliches Gegenstück eher verschlossen. Sie sind sehr ehrgeizig und daher in der Lage, ihre gesamte Energie auf ein einziges Ziel zu richten, das sie im Auge haben. Sie besitzen in einem hohen Maß die Eigenschaft, die man als Selbstüberwindung bezeichnet. Da sie im Allgemeinen sehr konservativ eingestellt sind, haben sie viel Achtung für das Konventionelle. Wer privat oder beruflich mit ihnen in Berührung kommt, schätzt sie als einen zuverlässigen Charakter. Sie sind treu und in der Lage, zusammenzuarbeiten für ein gemeinsames Ziel.